So, damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Transylworld 5 Und zwar ist das BR612 Expansion Expansion Mod erschienen, sag ich mal Genau Kannst auch mal dazu ein bisschen was sagen Ja, also auf jeden Fall was Neues Wie man schon sieht, neue Lackierungen Und das nicht gerade wenig Wie viele waren es? 17 Stück? Oh, zu viel Ja, irgendwie sowas Ja, 17 verschiedene Versionen waren es Genau, dann neue Lichtverhältnisse, neue Texturen, neue Sounds Genau Viele schöne neue Dinger auf jeden Fall Jetzt fangen wir mal von außen ein bisschen an Wie heißen die Dinger nochmal? Zuschluss darauf hin Ah, ja, ist klar Ja Ich habe gedacht, wenn du den Zug abschleppen tust Ja, genau, genau Ja Ja, wir haben uns hier schön bewegt Repaint drauf Mobilität für Baden-Württemberg Fahrtabteil haben wir auch, ja Interessant Ja, genau Ja, genau Äh, die erste Klasse Wie wir sehen, dass es auch verlängert Ja Ja, stimmt Ja, stimmt Ne, warte mal, Quatsch, was ist denn das? Ne, ist nur, da ist nur hinten Vorne wieder Zweiter Achso Ja Ah, ne, schon mal, da war es bei der anderen Version Gut Es war bei dieser DB Rigo Ja, genau, würde ich sagen Steuern wir mal ein No two sounds No two sounds Kannst du ja gleich mal die Türfunktion zeigen? Ja, wir haben auch die Möglichkeit jetzt hier, äh Okay Okay Geht nicht Ne Ich muss erst oben abschweren Hm Warte mal Ne Das funktioniert nicht, aber Äh, ich weiß, dass es bei dem WC gehen sollte Ne, geht auch nicht Warum geht das alles nicht? Normalerweise müsste jetzt eigentlich ein Sticker kommen Äh, guckt euch gerne das Video von Trains & Play an Äh Hä Von Trains & Play an Na gut Äh, da kann man sich nochmal sehen Da haben wir Fahrradabteile Das kennen wir ja, glaube ich Äh Weiß ich noch nicht Ne, das war schon Hattest du überhaupt nicht? Sicher? Ne, ja, das war Äh, dann haben wir hier noch die Möglichkeit Ja Was bleibt dir geschlossen? Oder wenn du es aufhast und dann abschließend bleibt sie offen Im Prinzip so dann genau Das ist erste Klasse Hä, dann ist aber Dann ist aber ein bisschen das Falsche laufen Das kann ja nicht die zweite Klasse hier sein Naja So Würde ich sagen Einfach mal kurz Genießen Äh Äh Setzen wir uns mal eine Route, würde ich sagen Äh Äh Was ist denn hier? Äh Könnte ich in der Route setzen, Turm? Könnte ich in der Route setzen, Turm? Ähm Ähm Weiß ich auch nicht Ah, fuck Ne, Enter Ey, scheiße, hier war das Äh 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 Könnte man sich in der Route hier setzen, Äh 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 Ich fuhre jetzt nach Äh 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 Ach, ich weiß weh. Ich muss einfach erst auf den Zug klicken. Machen wir mal bis hier zum nächsten. Halt mal. Hä, ich bin hier nicht über Ort. So, ah, shit. Ah, fahren wir einfach mal einen Abschnitt, den man ja gar nicht kennt. Warum nicht, ja. Kein gültiger Ort. Hä, wo geht denn das Gleis hier hin? Ist doch kein... Ach, ich kann in eine andere Richtung fahren, Louis. Ich bin auch dumm. Ah, fahren wir bis hier hin. Das machen wir ja auch schon einmal wendend. Jo. So. Ach, fuck, jetzt hab ich den Fürst deines Dings vergessen. Oh. Mann. Die Richtung ist ja noch, ich hab' den Fürst deines Dings vergessen. Vergessen. Ah, ja, hier ist er noch. Kommt's. Der braucht dich. Ich verlinke euch das natürlich auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann gerne runterladen. Einfach ein TSW-Prototyp einfügen und dann sollte das eigentlich funktionieren. Oh. Gut. Mal schnell an. Und ab, fort. Komm, Schlüssel noch rein. Oh, das schaltet jetzt auch schnell auf. Stimmt, ja. Das Sound ist echt mega. Auf jeden. Auf jeden Fall. Oh, Alter. Ja, ist schon geil. Ist schon gut gemacht. Schuhe, auf jeden Fall. Jetzt muss man was sagen. Oh, wir fahren aufs Gegenkleid. Ja, leck doch noch mehr rum. Ja, aber es hat keine Aufnahme und Discord-Stream. Oh, eben. Alleine nur Discord-Stream, was das eigentlich schon an Performance-Ziefer macht. Ja. Nett. What? Ah, ich mach den mal aus, ja. Boah, ja, ich will ausmachen. So. So. Das ist der Effekt trotzdem noch wie Sau Wegen OBS Ist nicht OBS Was ist das? Was ist das? So Echt? Was ist das? So fahren wir so ein Halt jetzt an Auf Abstieg gleich Müssten wir landen Genau 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 Ja würde ich sagen Wenn ich das Video feindet lasse gerne ein Abo da Da noch oben bis zum nächsten Mal Macht's gut und tschüss Tschüss